Servus meine lieben Ulmen-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys mit dem lieben Moskanoff und wir drücken bereit. Ich bin doch schon extra bereit. Ja, ich drücke aber bereit. Du Otze. Ich hoffe einfach gerade, dass die Server mal wieder funktionieren. Ich habe zwar heute schon Fall Guys gezockt privat. Und ich habe noch eine Taktik bei weggehext. Die ist, ich fall einfach zu Beginn ganz weit nach unten bis zur letzten Ebene und höhle dann von der Mitte aus. Wenn Leute runterkommen, die einfach straight durchfallen. Dann lasse ich noch die letzten zwei Reihen übrig außen. Und da bleibe ich dann ganz langsam, indem ich von Platte zu Platte springe und ich laufe. Ja, klappt. Aha, 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 aha. Brauchst du immer noch die Trophäe mit dem Tanzen? Ja, keine Ahnung, ich habe es ja eigentlich schon geschafft, aber trotzdem nicht bekommen. Hä? Oh. Das bin ich gerade. Er ist da. Easy going. Yo, bin drüben. Oh, erster. Das war ein Run. Ich bin fünfter. Oh, es habe noch ganz viele geschafft. Mit mir. Das Ziel geht immer besser. Das konnte ich am Anfang gar nicht. Das ist nur uptime. Oh, wie dumm der Grüne ist. Was? Ich habe noch gesehen. Jetzt noch schaffen wir den Ananas. Wahrscheinlich nicht. Ayodam. Ich bin jetzt voll der geile Ninja, ne? Aber das ist nicht so geil. Ich bin immer auf die geile Ananas. Ja, Ananas ist out mittlerweile. Ananas. Aber ich bin jetzt echt wie Eule anziehen, weil der Eule hat anscheinend auch keiner. Und Eule wurde auch gar nicht ganz am Anfang. Das heißt, ich bin OG. Ich bin Ananas OG. Ja, aber anders hatte jeder voll der Anfang, weil es einfach nur mit Geld zu kaufen gab. Und nicht mit Kronen. Und ich hatte schon drei Kronen hier am Anfang. Ich bin Profi OG. Oder etwas raus. Bisschen. Manchmal gucke ich mir gerne so Ananas Pornos an. Ich habe auch einen Pornos. Äh, ich meine Eulen Pornos, ja. Ich habe Ananas, die wir es wollen machen. So, weil ich muss hoffentlich nicht, dass mich irgendwelche Freunde abfacken, ey. Ja. Musst du eigentlich schon angreifen halten? Ja. Oh, das Goldenei hat ich noch gehabt. Wer hat mich da weggebrochen. Wow. Yankee with no brim. Kann es auch halten auf das Ei zurennen. Oh, da wird schon einer klauen. Nee, du blauer Hotdogger, verpiss dich. Ich gehe mal Decken her. Das ist meine Aufgabe. Oh. Oh. Ich muss schon reinschmeißen, Jonas. Es ist vielleicht doch besser, da unten immer zu campen auf einer Seite. Naja, ich gehe doch nicht auf einer Seite aus. Sehr nice. Bei dir kommen Leute raus. Deckel über hinten, wenn einer... Halt mich doch nicht fest. Also, die klauen alle bei uns. Scheiße. Ja, aber egal. Blau ist doch unten. Einfach da oben hinstellen, was einfach da, wo ich hochspielt an die Ecke. Krieg das Ei doch nicht raus, du Noob. Einfach das Hör auf mich festzuhalten. Ich gehe ein Goldes Ei holen. Du machst das. Ja, ich habe ja gesehen. Es geht nix da holen, ey. Es sind aber zwei Leute, ne? Goldes Ei geschnappt. Nice. Sie sind nur mit einem Punkt am Führen, ne? Halt mich doch nicht fest, Jonas! Ja, ich... Du hältst doch nicht fest! Ich bin doch gar nicht bei dir. Ja, ja, eben aber! Wollt ihr rausgesprungen ist? Ah, ey! Hey! Hey, denn ich habe es nicht immer fest. Ich verstehe mir. Ah, ja, sowieso ein Kackspiel. Einfach nur da oben hinstellen, Leute abhalten. Ist easy. Keine Ahnung, funktioniert nicht. Ich hatte schon lange nicht mehr mit diesen rotierenden, äh, Dingens da. Merke dir die Symbole auf den Feldern. Okay. Okay. Ein bisschen Dehnigung machen. Apfel, 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 Traube. Apfel, Apfel, Traube, Traube. Hier. Naja, wieso Kirsch, Traube, Apfel. Hält mich einer fest? Der sagt Saft. Der hat... Der hat... Der hat runtergekickt. Wie das denn? Traube, Traube, Kirsche, Apfel, Banane. Äh, traube, 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 Kirsche, Apfel, Banane. Das muss ich dir das letzte Mal merken. Apfel, Banane. Traube, Traube, Kirsche, Apfel, Banane. Traube, Traube, Kirsche, Apfel, Banane. Kirsche. Oh, der wäre auch fast runtergefallen. Äh, warte mal kurz merken hier. Orange, Banane, Apfel. Orange, Banane, Apfel. Orange, Banane, Apfel. Das ist hier eigentlich die größte Schale, die hier verlieren. Orange, Banane, Apfel, Wassermelone. Orange, Banane, Apfel. Wohin? Ja, was? Ich traue dir. Nein! Wieso hier kann man nicht vertrauen? Ich hatte keine Kriegung von mir. Das ist eigentlich die größte Blamage, wenn man hier verkackt. Ja, richtig. Ich hatte nix in meiner Nähe. Hätte ich ganz weit hinlaufen muss, dann hätte ich auch zeitlich gar nicht mehr geschafft. Manche die Vertrauen, weil ich hatte bei mir nix. Okay, da hinten stehen viele. Jona! Ich habe auch die zwei Vertrauen, die da schon tauschen standen. Oh! Schade. Wir hätten weggeklicken müssen. Ne, ich habe weggeklickt. Ja, ich nicht. Ich habe versagt. So, wir können doch jetzt endlich den Ninja Boden kaufen. Sollen wir es kaufen? Ja, komm, wir holen uns das. Bap! Nice! Wir sind ein Voll-Ninja. Obwohl ich eigentlich ohne Hose auch nicht schlecht finde, aber egal. Ja, ein passendes Set haben. Zack! So. Bereit? Ja, 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 ich bin bereit. Ja, drück' auf, breit. Bäm, 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 bäm. Ich bin doch nochmal gewinnen. Ich war heute auch wieder am Finale und bin einfach in die fucking Krone gesprungen, gehächtet und ich habe sich nicht festgehalten. Ich war wieder sehr ärgerlich. Ärgerlich. Lieviusar! Mir ist so warm, Alter. Lieviusar! So, was ist das? Cryer, Cryer ist easy. Aber hier ist ein Trick, wie ich durch einen riesengroßen, schnellen Kreise durchkomme. Echt? Ja, einfach ganz links gehen. Ganz, ganz links. Ah, ja. Jo, ich war voll nach vorne gewusst. Du saß hier und halt hochziehen. Oder wie ich einfach durchjumpen. Oh, krass. Ich hab' nicht geschafft. Nicht geschafft. Ey, du hast ja hochgezogen oder nicht? Ja, hier bei dem, der Propeller. Der Propeller. Ich kaufe nicht durch. 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 Einfach ganz links gehen. Was macht ihr noch einer? Ja, bin durch. Nice. So. Hä? Ganz, ganz, ganz links von der Propeller. Richtig schnell Propeller. Einmal links raus. Oh, mit Abstand, ey. Uhuhu. Ich kenn' die Tricks, Allah. Ich geb' euch die Tipps. So, also ganz links an dieser Steigung. Ja, wo die Rollbrette ist. Einfach ganz links rennen. Kommst du durch. Hat nicht geschafft. Bist du schlecht. Wo ist denn der Moskanoff? Ja, wo bist du denn? Da. Ja, komm jetzt doch easy. Jetzt ist... Boah, du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Alter, bist du kacke. Was ist denn los mit dir? Ich find' auch nicht warm. Mann. Geht nach. Jetzt aber. Mann, spring doch einfach mal. Und häschst du doch gleichzeitig auch noch. Zehn Leute, ey. Ey. Meiner, du bist so scheiße, ey. Ich hab' noch nie jemanden geseh'n der sooo kacke in nem Spiel ist, ey. Nein, das war nicht einfach mal hechten Jonas springen hechten Das ist ja nicht Pech, Alter. Oh ne, kacke. Schlechteste Folge, als ich je gesehen habe. Ich bin wie Twimax. Nee, Twimax hat einfach nur Down-Syndrom. Oh, Rollfeld, das ist ein schöner Modus. Oh, wie die Folge ist so. Du bist so schlecht. Der schlechteste Folge, als Spieler. Ding, down, 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 down. Ich weiß nicht, dass hier an auch schwer sein soll und hier in den Modus. Ist doch alles locker easy. Ich finde es außen sogar am easysten, weil da dreht sich die Scheibe. Das sind schon sechs Jahre draußen. So, ne. Boom, 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 boom. Lass mich doch los, du Nutte. Der fasst noch eine Kamera. Der hat mich ungeboxt. Oh, jetzt muss ich mal rüber. Oh, was was lustig wäre, wenn es so Stöcke gehen würde, wo du andere einen über die rüberziehen kannst. Also einfach einen schlagen dürfen. Ja. Oh, ich muss da rüber. Zum Beispiel bei Aya Cloud statt den festzuhalten, den rüber zu ziehen und dann müsste der Filter rein runter. Oh, politisiert. Easy sage ich doch, easy, war kaum knapp. Ich will jetzt beim Schweif manchmal so kackt, dass der erst fünf Kilometer Entfernung den Schwanz abziehen, ey. Ja, das ist mir auch schon oft gefahren. Das nimmt doch gar nicht an einem Tragen. Komm, Fußball. Unerschlagen, Kraxler. Rock'n'Roll Allah. Ja. Da hab ich jetzt das verloren, ey. Da hab ich jetzt echt verloren, weil die Leute hinten unseren Ball aufgehalten haben. Hm. Aber ich glaub, ich bin jetzt eher Team Schieber. Auf die Klasur. Genau. Du müsst auch dich im Schieber. Du müsst auch dich im Schieber. Oh. Du, 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 du. Ja, komm. Alla. Mann. Du dürft nicht springen, ihr müsst schieben. Ihr duddels. Nach rechts. Geh doch mal aus dem Weg, du Nutte. Jetzt wieder links. So, ihr schiebt. Ich halt auf. Ich bin kein Team Schieber mehr. Guck mal, wie gut ich den aufhalte. Guck mal, die haben einfach keine Schnitte. Die haben einfach keine Schnitte. Der arme Team Rot. Hm. Wieder zurück mit dem Ball da. Oh nein, ich hab schon auf der falschen Seite. Ey, ich hab das. Leute. Das sieht schlecht aus. Wieso sieht das schlecht aus? Das sieht doch super aus. Ach, ihr seid Team Blau. Ja. Ich hab die ganze Zeit den roten Ball aufgehalten. Bitte. Bitte. So, jetzt noch ein Modus. Sowas wie... Schleimkrocks. Ach ne, ein bisschen. Ein bisschen den nicht. Oder direkt Enter. Weggehext. Dann zeige ich dir mal der Trick. Oh, Sturzball. Okay. Da muss ich jetzt meine Taktik anwenden. Einfach immer den neuen Ball ins in den Tor kicken. Das soll jetzt eigentlich auch funktionieren. Okay. Einfach die Mitte stellen. Immer wenn der Ball von oben kommt. Kurz springen und den dann ins in den Tor hämmern. So. Bei Lohnen lohnt sich auch echt noch zu springen. Auch zu hächten. Lässt du richtig gut, Stina. Einfach zwei der ganze Zeit hinten gestanden. Die ganze Zeit haben wir für die ganze Bälle aufgehalten. Krass. So. Wo fliegt der erste Ball rein? Oh, hoffentlich bei uns. Was macht die Geben denn da? Was macht die denn? Yes. Yes. Komm. Der eine fliegt rein. Der eine fliegt rein. Jetzt roll doch rein. Da ist er da. Ja, ne. Ich bleib hinten. Ich bin Torwart. Okay. Ich bin Torwart. Ich bin Torwart. Ich bin Torwart. Ich bin Torwart. Basche wieder. Oh, geblockt. I am the keeper. I am the keeper. I am the keeper. I am the Torholder. nein ausgleich durch mit dem scheiß balder ja da haben wir mehr an auf der mittellinie habt ihr weil er sie eigentlich wissen so scheiße guck der sich bei vorbeilässt alter stehen auf dem modus ich glaube fußball ist so geht nicht so jetzt jetzt denn das noch drin ist auch drin kommt der kann jetzt vorne ich gehe derzeit blocken kommen auf den rennen doch der ist auch drin so jetzt feine die feine diese finale ist weggehext ja tatsächlich dann zeichnen wir den trick okay Okay, nice. Ah, ist geplant. Und am Anfang, also spring ich immer noch. Oh ne, hier ist noch eins. So, jetzt. Schau's mir zu? Klar. Ich hoffe, die brauchen so ein bisschen. Ich habe ja ein paar gute Spieler da. Weil ich brauche ein bisschen Zeit. Nicht, dass sie irgendwie außen fallen und wir auch alles wegmachen. Ich muss gucken, die sind schon bei blau, aber alles. Blau, blau. Oh, manches ist schon bei Lita. Ja, es sind echt, die sind echt gut, manche dabei. Oh, da unten ist es schon, der eine ist schon auf gelb. Könnte also so ein bisschen dauern. Oh, der eine ist bei dir jetzt unten. Oh, da sind schon zwei. Verpiss dich. Er ist runtergefallen von blau, du bist nur noch zu zweit da. Der hat es eben schon versucht, so auszumachen. Der hat es nicht geschafft. Bist du wieder alleine. Einer ist noch ganz hinten. Jetzt langsam. Es ist noch einer raus. Es muss noch einer raus. Ich bin noch mittelfall. Nein. Ich wollte gerade sagen, du bist nur noch mit einem anderen. Ich war doppelt drauf. Nein. Aber du hast gesehen, wie gut funktioniert. Der hat schon ganz kurz funktioniert. Und mit dieser wunderschönen Stimmung. Blamage würde ich eher sagen. Blamage würde ich eher sagen. Die Blamage. Darf ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, die Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Was euch die heutige Folge wieder gefallen hat. Lass doch bitte ein Like da. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. So. Und dann würde ich sagen. Klingelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.